Jo, und was geht? Euer Karasu ist wieder Back am Start mit Dragmoth FighterZ, meine lieben Freunde. Ja, wir sind zurück. Letzte Folge haben wir ja, ich glaube, C21. Das erste Mal getroffen. Genau, da mussten wir gegen Freezer, ach, wir waren ja Freezer, mussten wir gegen Zaungogo und Krillin kämpfen. C21 hat sich dann verabschiedet, hat uns dann alleine gelassen. Jetzt müssen wir auf der neuen Karte natürlich mit Son Goku im Team kämpfen. Wir werden dann wahrscheinlich auch diesen Son Goku, der Klon sein wird, auch noch bekämpfen. So, wir können aber auch nicht abkürzen, also wir müssen wirklich gegen alle hier kämpfen. Aber das ist jetzt kein Problem. Machen wir Razzifazzi und dann sind wir auch schon beim nächsten. Ja, das ist jetzt ein Problem. Ja, das ist natürlich eine bittere Situation für Za und Freezer. Sie müssen ja jetzt ein Team bilden. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ja, das ist natürlich eine Bittere Situation für Taunung. Ja, das ist natürlich ein Problem. Ist das wirklich so dämlich? Was ist das? Was ist das? Ich denke, es ist gut. Was ist das? Wenn du dir etwas erzählst, dann kannst du dir das. Wenn du dich nicht aufhören kannst, dann kannst du dich nicht mehr zu einem. ein bisschen unwichtig. Er hat bloß gesagt, dass er in der Hölle scheiße ist und schon gucken natürlich, wie dämlich er immer ist. Auch in Super-Semers ja, dass er extrem dumm ist. Also vom Kämpfrisch ist er natürlich ein Genie. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber so was zwischenmenschliche Sachen ist jetzt sowas von dämlich. Halleluja! Dass er überhaupt hinbekommen hat. Ja, gut, okay. Dumme Menschen bekommen ja auch Kinder. Da muss man ja nicht intelligent sein für. So, okay. Dann wollen wir doch mal. Vielleicht können wir ja weiter reißen hier. Boah, ausgewischen. So. So, das kann man ja mehr. Na nun, Hallöchen. Warum macht er das immer? Okay, den haben wir erstmal. Na gut, okay. So, und gucken, wir sind Level 12, ne. So, dann lassen wir doch mal Zell hier ein bisschen. Na nun. Okay, jetzt haben wir ihn. Das ist auch so cool, die Aktion, ja. So, zack. Dieser Ellbogen ist so... Was, er lebt noch? Okay, ja, klar. So, dann kriegt er noch mal einen Ellbogen in die Schnauze. Er hat immer noch gelebt, ne? Die Sauden. So, dann haben wir wieder einen Zug. Okay. So, reingehauen. Ja, wir haben uns diesmal nicht verwandelt in Golden Freezer. Ja, wie wir es sonst immer machen. So, erstmal zwei Level aufgestiegen. Also Freezer und, nee, Zell und Zanguru sind zwei Level aufgestiegen. So. Dann gleich zu dem nächsten. Vigida, Tenjinon und Naba. So, hier wird schön ein Sturmklingeln gemacht. Warum auch immer. So, da haben wir auch gleich die Zwischenszenen mit Freezer und so'n Gugu. Und? So, da haben wir auch noch so'n Gugu. So, da haben wir auch noch einen Eindruck. So, da haben wir auch noch einen Sturmklingeln. So, das ist doch so'n Gugu. So, da haben wir auch noch einen Sturmklingeln. Das erzählt das nochmal, ne? Na klar, ist er im Unterlegen. Na, das ist wohl wahr. Die Saiyajins sind wirklich törig. So, dann haben wir auch die kleine Szene, ne? Freezer konnte es natürlich wieder gar nicht fassen. Wie wenn es dann durch auf die Idee kommt, ähm, ja, gegen die Videos zu kämpfen. Naja, okay, da haben wir es dann auch wieder. So, dann mal los. Oh, okay. Haut uns erstmal ordentlich was in die Schnauze. Aber jetzt, mein Freund, jetzt kriegst du erstmal den Todesball. Den Todesball, der Vernichtung. Boah, was ist denn das? Hallo? So. Rechts aber mal hier, ja? So. Du Affe. So, jetzt haben wir natürlich Pension Han noch am Sport. Boah, was? Mann! Die werden aber auch immer stärker, ne? So. So, das weiß, ich weiß nicht was das für ein Artikel war. Obwohl er, hat ja ein paar Ränge bekommen. So. Was haben wir denn noch für Hüllenschlag? Kamen wir im Jahr? Zwischenschlag. Was? 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 So, dann gucken wir mal. Todesball. Todesball kommt oder noch? Äh, Golden Freezer. Warum verwandelt er sich nicht? Jetzt. Meine Güte. So, dann machen wir den Todesball. Ach komm schon. Alter. Okay. Ich wollte den Todesball machen. Er hat dann... Er hat mir nicht gelassen. Er fällt einfach um wie ein nasser Sack. Die Saudi. Ihr habt sie eben selber gesehen. Oh, Freezer ist fast tot. Bei Freezer müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Freezer ist nicht mehr der fitteste. So, wir sind aber schon im letzten Kampf. So, ein Goku. Gohan und... Wer war der Name? Und ein Typ. So. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Deine Jäger sind es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ach. Aber... Junge. ... ... Arsch. war da hast du ein bisschen vor so nach französisch dabei Tongskron und Zong Goku Wir müssen jetzt erstmal vorwiegend mit Zill versuchen zu kämpfen Frieza müssen wir ein bisschen schonen, der ist nämlich fast down So, jetzt können wir ihn gleich mal aus Oh, da sind wir reingerannt So, den ersten haben wir schon mal Okay, das war voll daneben Aber jetzt machen wir den Dreipacken Und der trifft mich auch Da zieht ihn so viel Schaden ab, ne? So, den haben wir auch Ach, das können wir doch Trunks gegen Zell Schön in die Ecke und schöne Explosionen gemacht Schön, dass so lag, haben wir ja voll in die Schnauze Müsste eigentlich reichen Jupp Reicht doch Schöne Zerstörung Die Frieza und Zong Goku, okay Zong Goku hat auch ein bisschen Schaden genommen, aber Naja Frieza Konnte sich ein bisschen nach ruhen, also wir müssen ein bisschen aufpassen demnächst Das ist jetzt schon mal Was für ein bisschen nach ruhen, so ist es ein bisschen nach ruhen, aber Schöne Das ist, was wir noch mal Schöne Schöne Oh, das ist es Schöne 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 Dem steht doch das böse im Gesicht geschrieben. Ja, da hat sie mich ganz unnötig. Ich weiß nicht, die ich auch hier sind. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr überraschene. Also, ich weiß nicht, wie es das Beste gibt. Ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr überraschene. Aber ich weiß nicht, dass es so ein Wunder. Also, ich weiß nicht, dass ich diesen Wunder hier meine Gerichte verbrechen und sie tun! Soll ich die 21.5-Mitglied? Son, du bist du wirklich? Ah... Aber... Frau... schnell... Das ist so... Das ist so eine Worte. Was? Wenn ich sterbe, werdet ihr durchsuchen? Das hat sich um meine Zafri da. Deine Geduld wird knapp und deine Zeit hoch. Na was denn? Na ich weiß nicht, ich hätte es erst danach gemacht. Aber den haben sie ja nicht ihre volle Stärke. Ist auch wieder ein Manko, ja? Also man muss das machen. Aber jetzt kann natürlich Freeza und Zelt total durchdrehen, ne? Können jetzt alles machen, was sie wollen. Soll ich ja. Oh, was hast du mit dem anderen? Es ist nichts zu tun. Oh! Verrückt! Ich habe überhaupt keine Kraft! Ich habe schon gesagt, dass du mit dem Sprachen sprachstest. Was? Wenn du mit dem Sprachen benutztest, würde ich es schlafen? Was hast du etwas falsch gesagt? Ich habe schon gesagt, Also Zongu brauchst du jetzt wirklich nichts erklären, der ist dumm. Da muss man jetzt nichts ihm erklären, also er begreift das sowieso nicht. Also, wenn man kann man自由 und kann man einfach nur gegen die Welt, ist das gar nicht. Ja, hast du gesagt, was du gesagt? Wär, wir reden. Das ist schwierig, aber... Tönein... Fuh-zack-ta-ma-ne-oh! Ja, und... Wenn man nicht immer wieder an der Grunde genommen hat, dann wird man wieder zurückgekehrt. Also, wenn man nicht mehr sagen kann, dann kann man nicht sagen, dass man nicht mehr sagen kann. Na? Das heißt, in dem ich, in diesem System und diesen System haben wir, dass wir diese Systeme und Sie haben. Das ist das, was ich zu sagen? Das ist das, was ich zu sagen? Ja, so ist das nimmig, ja. Siehst du, jetzt wird nämlich der Frieza ein bisschen dreist, ja, der kleine Sack. Okay, jetzt müssen wir natürlich wieder entscheiden, was wir machen. Also wir sind ja immer noch die gute Seele in Frieza. Das will ich nicht tun. Sie tut mir leid. Das will ich nicht tun. So. Frieza, du wirst dir keinen Angreifen, Herr Freund. Ja, du wirst ja erstmal keine Alternative mehr froh, Ryan. Ich muss erst mal das machen, was ich dir sage. Steht da schon wieder rum, ne? Wie das letzte Mal. Wie das letzte Mal. Ja. Finally, suddenly, wer das nicht verdäfat ist, denn wir müssten uns aber... W INTERFUR! Haha! cause... MDR ... MDR MDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017